Irgendwann, irgendwo in Österreich. Wieder einmal schlagen verbrecherische Elemente schamlos zu. Tiefel, was ist überfallen? Das hat sich wirklich gelohnt! Nicht die schwette Beute! Jetzt aber nicht viel weg! Verdammt, was ist das? Ah, Schurken! Ich bin Vignettenman! Wir sind geliefert! Ah, der Räsch hat enterbt, der Beschützer wird für uns weisen! Schade! Jetzt ist alles auf! Ah, was muss ich sehen? Bitte, 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 tu uns nichts! Wir bringen das Geld wieder zurück! Unglaublich! Euer Fluchtwagen hat ja keine Vignette! Wenn ich jemals flüchtend hätte, dann nur mit gültiger Vignette! Ah, hier, bitteschön! Ah, so, und jetzt? Ah, gute Fahrt! Ähm, naja dann! Na ja dann! Dankeschön! Du bringst mich weg! Ah, Schurkenpack! Jeden Tag eine gute Tat! Und so fliegt unser Helm! Ohne Furcht und ohne Hirn! Vignettenman! B Kyle! B-O-N-D-K-4. G-O-N-D-D-A-N-D-S-O-B-E-B-E-A-N-D-A-N-D-O! Ich bin Jepdenman!